Herzlich Willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade fertig mit meinem Trainingsprogramm und habe über eins nachgedacht, zumindest als ich dann zum Schluss noch irgendwie entspannt war. Öfter kriege ich immer wieder die Frage, lieber Herr Reuter, mir geht das alles zu schnell. Das ist außerhalb meines Rhythmuses. Ich komme einfach nicht mehr mit. Was kann ich tun? Ja und da fällt mir spontan immer wieder ein, und das hat viel mit dem Sport zu tun, es ist in der Tat so, sie müssen wieder in ihren Rhythmus kommen. Und das ist nicht einfach, denn manchmal ist die Außenwelt in dem System, in dem sie sich befinden beruflich, in einem anderen Rhythmus. Das heißt, sie müssen sich selbst mit ihrer Seele wieder synchronisieren und das braucht eben manchmal auch Auszeiten. Bei mir ist es der Sport oder die Natur zu mir selbst zurückzufinden. Ja, denn da klappt das am besten. Ich habe es jetzt auch gemerkt, im Urlaub habe ich mir eine Auszeit genommen und in der Auszeit ist das einfach noch mal wunderbar. Man kommt zu sich selbst, findet den eigenen Rhythmus, den eigenen Takt wieder, denn das ganze Leben besteht aus Rhythmus.